Ja, und da darf ich Ihnen diesmal im März die Cleo vorstellen. Cleopatra, eine circa zwei bis drei Jahre alte Katze, eine Rasse Katze, eine ganz hübsche, ist ganz, ganz flauschig. Sie hat ein klitzekleines Manko mit einem rechten Vorderbeinchen, da kann sie nicht so gut laufen, ist wahrscheinlich ein alter Bruch. Das heißt, wir suchen ein Zuhause, wo sie möglichst einen umzäunten Auslauf hat, weil sie ist ein kleiner Freigeist, sie möchte gerne raus, sie ist super aktiv, sie hat auch mit ihrem Beinchen keine Schmerzen, sie kann laufen, halt nur nicht so schnell klettern und deshalb kann man sie nicht einfach draußen rumstreunern lassen, weil sie halt vor Feinden nicht so schnell flüchten könnte. Also wenn Sie einen großen, umzäunten Balkon haben oder auch eine Terrasse, wo sie viel Platz hat, sich draußen betonen kann und aber nicht weg kann, dann melden Sie sich hier im Dresdner Tierheim. Das ist die Cleopatra.